Hey und willkommen zu einer kleinen Runde Bloons Toad Defense 6, heute zusammen mit Maudado. Bewerte den Part und wie immer, viel Spaß. Wir spielen heute auf der Mondmap zusammen mit Maudado und unseren Geilo Mörseraffen. Und ich glaube, es wäre gut, wenn wir die irgendwo schön in die Ecke platzieren und dann Ziel festlegen, genau in den Kreis reinböllern. Siehst du das? Klick mal meinen an. Ja, du hast ihn ganz in die Ecke gestellt und dann einfach da in die Mitte rein. Ja, genau. Und ich skill auf das obere und Maudado auf das untere, was auf die Moabs geht, aber dazu dann später mehr. Also er kann überall auf der Mondmap hin schießen, oder? Genau, ja. Ja, dann platziert immer hier oben. Ja, okay. Und dann? Du musst halt auch gucken, dass du daneben noch Affendörfer und so stellen kannst. Deswegen hätte ich jetzt eher vielleicht bei dir oben in die Mitte geböllert oder so. Also soll ich den wieder abreißen? Ja. Ja, aber gerade noch nicht, dann kann ich keinen neuen kaufen. Also, sicher? Ich kriege 382 wieder. Dann geht's, oder nicht? Okay. Und? Nee. Oh, schade. Naja, Fehler sind nicht schlecht. Oder? Hä? Geprankt! Alter, Mann, du bist so lustig. Der Junge ist so lustig. Ja, krass, ne? Einfach mega funni. Ja, mit dem Mörser-Affen, die schießen halt von oben. Normalerweise kann man von der Seite in die Munde nicht reinschießen, oder? Äh, in die Krater. Genau, 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 genau. Ja, das könnte ja nötigstens der Magier. Ja, was mache ich jetzt? Ja, warten. Du kriegst ja jetzt Geld. Guck doch, ist alles gut. Ja, aber ich glaub nicht genug. Oh Gott, Hilfe! Motado! Ja, 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 hä? Wieso reden Sie sich da und endlich lang im Kreis? Alles gut. Okay, danke, danke. Ich hatte so Angst schon wieder. Ja, brauchst du nicht haben, mein Kleiner. Ich... Brauchst du nicht haben. Guck mal, wie die weggemörsert werden. Das ist unglaublich. Dein kleines Äffchen hat Angst. Keine Angst, mein kleines Äffchen. Auf dem Mond war ich schon vor Jahren. Hier ist alles sicher. Äh, machst du jetzt mal was? Du hast doch genug Geld. Nein, hab ich nicht. Äh, ach, wie teuer ist denn bei dir ein Mörser-Affe? Ja, der ist teurer geworden, weil ich einen davor hatte. Oh. Ja, und wie teuer? Ja, jetzt kann ich ihn mir leisten. Ja, wie teuer denn? 810. Ja, bei mir auch 810. Stehen nicht. Also, ich verstehe nicht, was sie von mir wollen. Hier, erst mal zwei Bluen-Schichten. Schnelleres Nachladen. Ja, also Manu geht auf den obersten Tree und ich auf den untersten. Genau. Haben wir ausgemacht. Dann bin ich gut gegen Morbs und Manu auch, aber auch gut gegen Ballons. Ja, deins klingt echt richtig, richtig stark. Super heißes Zeug schmilzt sich bei jedem Schuss durch fünf Bluen-Schichten, verbrennt Bluens der Moab-Klasse mit Extraschaden und entfernt die Tarnung. Ich würde aber gerade erst mal irgendwie gerne ein bisschen... Alter, das ist so schrecklich hier, ne? Ach, da kannst du durchballern. Hey, hier kann man doch durchballern. Ja, nur durch die Eingänge, oder? Nein, 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 nein. Ich mag mich auch daran erinnern zu können, dass man da nicht durchschießen konnte. Nee, kann man auch nicht. Ah, ja, es geht nicht. Ja, ja, mit dem Alchemisten, der kann das scheinbar. Okay, ich mach mal schneller, okay? Ja, mach das. Ich hol mal hier den Alchi. Oh, schneller werfen. Okay, nur noch tausend, dann hab ich Spur zu Gold. Oh, dein Hild. Das ist süß. Yeah. Ich hab Benjamin. Das ist ein Hekeraffe. Oh, nice. Ist er nicht gut, weil ich damit meine Mörser-Fähigkeiten zurücksetzen kann? Ja, deiner ist, glaub ich, sehr gut für das, was wir gerade tun, ja. Perfekt. Guck mal, ich hab ne Bananenplötchen gemacht. Kennst du das? Ah, der oben. Da hoch, ja. Das ist aber ne gute Idee. Danke. Guck mal. Oh, da kann ich gar keine mehr hinstellen. Ich hab ne Bananenplötchen hingestellt. Ach, lol. Wie nice. Ja, das ist ja richtig cool. Dann warst du nicht gewastet. Okay, jetzt sammelt... Nee, meiner sammelt nicht für dich ein. Du musst da auch eine hinstellen. Nee, du klaust nicht meine Bananen. Warum denn nicht? Och, Granatenschock. Jetzt, wenn die gestunt. Oh, das ist echt cool. Dann noch schnelleres Nachladen. Alter, was? Jetzt sind wir erstmal safe. Hä? Du stunts die? Ja. Deswegen, wir packen da auch gleich noch einen Eisaffen hin. Und dann geht die Party ab. Oh, er trifft echt nicht. Lol. Ich dachte, er trifft, weil er immer trifft. Äh, Manu, die... Ja, okay. Alles gut. Ich weiß. Ich, äh... Mach deinen Nagel, Zauber. Ja, mache ich. Hier, Nagel, die Nagel. Da, äh, oben dein Geld. Dein Geld diszippiert. Du musst das oben... Lol. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Hier einfach keinen hingestellt hat. Ey, du bist der einzige Enttäuschung. Mach ich nicht. Hä? Ich sammle meine Bananen auch selbst auf. Ja, genau. Anstatt einen Arbeiter einzustellen und seine Familie zu ernähren. Gummi zu Gold. Perfekt. Okay. Ich muss ja dich ernähren die ganze Zeit. Hä? Wo musst du denn mich ernähren? Lass mir die Ruhe. Wir müssen echt ein bisschen mehr aufstellen. Ja, ich kann ihn eh nicht treffen. Äh, nicht beschleunigen. Ich werde jetzt gleich mein Ziel verändern. Das solltest du auch tun, wenn er durchgeht. Ja. Bitte Ziel immer verlagern. Jetzt da rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ähm, denkst du? Ist da einer irgendwie doch nicht... Ja, ich gewisse tot. Mein Ziel, mein Ziel, mein Ziel, mein Ziel. Meine trifft, meine trifft, meine trifft. Manu, zieh doch auch. Ja, ja, mach ich doch. Ich schieß doch. Neu, 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 neu. Oh, 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 oh. Jetzt schieß doch. Ich schieß doch. Nein, warum hab ich Benjamin nicht gest... Loin. Ja, guck. Wir haben's. Nein, 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 nein. Wir haben's. Das hat keiner gesehen. Okay, Zeit für Benjamin. Okay, ich kann Affendorf stellen bei mir. Äh, mach ich mal Benjamin dahin. Ähm, Alter. Der Kleber? Hat Kleber auch die Morbs verlangsamt? Ja, hat er, aber der Kleber ist doof da, weil er nichts trifft irgendwie. Äh, ich werd später Kleber aufstellen, ja, aber es ist jetzt gerade... Ja, nee, wir schaffen das. Hast du gerade... Kannst du mal aufhören zu starten? Ich hab meinen Affen geupgradet, wir schaffen das. Ja, ich hab jetzt auch einen Schmilli-Mob da. Oh, ich soll vielleicht wieder da reinziehen. Das solltest du, ja. Okay, wir sollten nicht beschleunigen, sonst... Ja, ey, guck, easy. Richtig einfach. Guck, ich verbrenne die einfach. Oh, oh, oh. Äh, hä, hä. Okay. Schnell wieder da reinziehen. Hast du wieder Play gemacht? Ja, es ist, äh, automatisch. Das hab ich mittlerweile an. Ah. Also bisher sind wir echt krass drauf, ne? Ja, chill, es ist chillig. Ja. Oh, oh, äh, warte mal, warte mal, warte mal. Äh, umziehen, umziehen, mach doch langsamer. Zielen, 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 zielen. Okay, okay, okay. Oh, ja, perfekt. Und wieder zurückzielen. Ja. Alter, das ist ultra stressig mit den Zielen. Ja. Ach komm, ich skill mal das obere. Die größte. Wenn ich ne Explosion lassen, lassen jeweils fünf Bluntschichten platzen. So, denk dran, deine Leute wieder umziehen zu lassen. Ja, sobald ich muss. Oh, warte, ich kann die auch stunnen. Vergesse ich die ganze Zeit, warte. Stun. Oh, oh. Oh, oh, ja. Oh, ja. Schön. Peng, peng, peng. Oh, boom. Ja, haben wir geschafft. Oh, ja. So, pass auf. Bitte nimm mal nen Eisaffen und stell den oben links von deinem Helden. Ach so, du meinst, dass wir mehr Zeit haben zu umstellen. Das ist ja genau die Mitte da. Ab, ab, äh, weißt du? Ja, da. So, und ich pack einen hier hin. Und bei dem müsstest du jetzt auf die Mitte und auf das obere. Oh, da wollten gerade welche durch. Äh, nee, die haben gar keine Chance mehr. Ja, ja, ja. Ich hab genug. Die allergrößte. Was? Ja. Guck's dir an. Alter, was ist das für ein Future-Ding? So, was passiert da jetzt? Guck mal, hier. Guck die Raketen an, wie groß die sind. Ja, das ist einfach stärker. Das will ich mal nicht schnell sehen. So. Nee, es kommt einfach nichts hin. Dein blöder Heli ist zu stark. Nee. Das ist mal eine Heli in Ruhe. Warte mal, verbesserte Gefrieraktischer Wind. Größerer Radius. Regefrieren. Ah ja, ah ja, ich seh's. Ich seh's. Ah, nein. Peng, Platz. Oh, ja. Nein. So, wie viel hat der schon gekillt, der Junge? 24.000 und meine? Warte mal, ich pack mal. 2.400. So, so wenig? Ja, der neuere, der neuere. Der ältere 6.900. Ah. So. Ah ja, oh ja, schön. Jetzt hat mein Eis auch für den perfekten Radius dafür. Oh ja, jetzt gleich. Eiszapfenfall für 32.000. Komm schon. Und, 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 und. Ja. Jetzt werden die Bluts eingefroren, die Schiffe. Weißt du, was ich jetzt machen werde? Was denn? Ich belasse den Krater und ziele an den Anfang. Ach so, ja, ja, vielleicht sinnvoller. Ich weiß es nicht. Du musst halt da nur später umziehen, ne? Wenn's knapp wird. Kannst du ja dann noch einen Freeze-Arten hinmachen, dass die da auf jeden Fall immer langsam sind. Ah, hast schon zwei. Ne, ich hab schon. Ich hab, äh, die, die wir brauchen. Pass auf, was ich mache. Nicht beschleunigen. Ich verkaufe meinen Bananenbauer. Der ist jetzt arbeitslos. Oh mein Gott. So, und jetzt gehe ich hier auf das untere. So, jetzt achte, achte auf die Plantagen. Ja, ich achte. Und, Monkeyopolis. Hä? Wir sind weg. Jetzt wirft der die Kisten ab und ich kann da neue hinstellen, dann hab ich mehr. Cool, ne? Äh. Lol, ich schwimme im Geld. Äh, hä? Wie, 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 kann ich das auch machen? Nee, das ist mein Monopol hier. Lass mir Ruhe. Ich bin sehr gespannt auf Runde 80, wie stark dann deine Bomber sind. Ja, ich hoffe, dass die irgendwas können. Ja, ja, die werden schon stark sein. Weil gerade sind echt nicht beeindruckend. Na, wir sehen's halt einfach nur nicht richtig. Ich weiß, was ich jetzt noch bauen wird. Was denn? Hui. Was hast du? Ach so. Ja, ja. Das ist immer gut. Letzte Runde. Da ist das Schiff. Was? Jetzt schon? Ja, 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 ja. Und es ist kaputt. Lol. Aber die Nagelminen. Manu klaut meinen Job. Absolut keine Chance. Geld generiert? 150.000. Du hast 62.000. Ach, Mordado, ey. Ich hab heute nicht den Avendorf-Hack. Mann. Warte mal, lass mal nichts mehr bauen. Ja, gar nichts mehr. Okay. Darf ich noch meine Nagelfabrik upgraden? Ja, okay. Nee, aber ich würd gerne mal durchdrücken und gucken, wie lange wir überleben. Aber ich, ja, warte, ich kauf mir auch was. Und zwar die Upgrades der Bananenplantage. Hier, den kannst du stellen. Guck mal, der ist doch toll. Den mag ich. Willst du ein bisschen Geld haben hier? Ja, aber ich weiß ja nicht, was ich damit bauen soll. Äh, ja. Ja, ich upgrade einfach mal in anderen Mega-Arten, weißt du. Hä? Kann ich nicht. Ja, klar. Man kann nur einmal pro Map das Firma-Upgrade holen. Achso, ich muss jetzt 10.000 upgraden, so. Oh nein, nicht das nervige Ding. Ja, brauchst du Geld, Mau? Ja, gib mal 190. 100, 170, bitte. 170? 1.000, ja. Habe ich gar nicht. Mordado, gib mir das jetzt. Ich habe nicht 170.000. Gib mir jetzt all dein Geld. Aber ich habe nicht 170.000. Jetzt gib mir doch all dein Geld. Kann ich irgendwie noch das Geld für ihn zusammenbekommen? Ja, warte. Ich sammle hier alles ein. Achso, ja, okay. Dann verkaufe ich das und das und das und das und die hier. So, ich habe das Geld zusammenbekommen. Ja, dann gib doch jetzt, du Nichtgönner. Ah, ich habe 30.000 zu viel. Ich würde es dir gerne angucken. Alter, es leckt so hart, ne? Ey, was ist das? Aber wie verdienen wir jetzt schnell, damit es vorbei ist? Ist das länger. Ja, gar nicht. Einfach warten. Ja, Mann. Was hast du heute so gemacht? Außer schlafen. Dann bin ich aufgestanden. Dann habe ich mir einen Kaffee gemacht. Ah, nee, Moment. Bin ich, war, war ich duschen, habe mir einen Kaffee gemacht und jetzt bin ich hier. Nice. Und ich habe so Hunger. Ich nicht. Aber ich habe nie Hunger. Nicht? Können wir tauschen? Da frage ich mich gerade. Ich glaube, ich habe das nicht mehr ganz in Erinnerung. Dann konnte man nicht in dem vorherigen Teil, also jetzt keine Frage an dich, an die Zuschauer, konnte man dann nicht auch die nächsten Runden starten, bevor die eigentliche Runde vorbei ist? Dafür hätte ich halt gerne einen Knopf, dass ich jetzt Runde 107, 108, 100, 9, 110 gleichzeitig holen kann. Wenn ich dann sterbe, ja, dann ist das halt meine Schuld. Also ich hätte gerne einen Knopf gegen die Lex. Vor allem, die haben das schlimmer gemacht. Ja, ja, keine Ahnung. Ich verstehe nicht, warum die das nicht mal beheben. Ich glaube, aber so krass waren wir noch nie, weil wir so viele Max-Stufen-Dinge haben. Ja, weißt du, verkauf mal deine Nagelfabrik da oben in der Mitte. Warum? Dann hört es auf zu laggen. Versprochen? Ja. Jetzt warte, bis der ganze Kram da weggeht. Noch steht er ja da. Alter. Bist du da schlimmer geworden? Ja, bist du da längst noch mehr. Hallo, jetzt mach doch weg. Ich glaube, die Nagelfabrik hat alles noch ein bisschen zusammengehalten. Ja. Dann mach mal deine Nagelfabrik weg. Dann wird es besser. Nee, warte. Ich warte jetzt, bis dein Teil oben weg ist. Dann verkaufe ich meine gerne. Ah, ist weg. Okay. So, zack. Keine Legs mehr, siehste? Warte. Also bisher sieht es wirklich danach aus. Manu, die Sache ist, du ziehst mit deinen krassen Dingern, der ist halt auch noch in die Mitte und sie kommen trotzdem nicht mehr bis zum Krater. Ah. Da, wie es wirklich an deiner verkackten Maschine lag. Oh. Ja. Oh. Okay. Okay, ich verkaufe an die Nagelfabrik. Ich glaube nicht, dass es an der liegt. Ich glaube einfach, die Server haben gerade... Nein, 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 nein. Das sind... Junge, es ist immer zu jeder Zeit, in der ich spiele, gibt es diese Legs. Das liegt einfach an dem Spiel und an der Programmierung. Stimmt, Leute. Ich habe doch im letzten Part den Superaffen erwähnt. Alter, kannst du mal aufhören? Genau. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich meinte. Für die Leute, die das vielleicht nicht kennen. Und zwar stelle ich den jetzt nach da links, wenn das Spiel mir das erlaubt. Ja, danke. Und dann gehe ich nach oben. Laser strahlen. Plasma... Strah... Strahlen. Strah... Strahlen. Hallo. Plasma strahlen. Sonnenavatar. Bitte, saug alles auf. Zück. Zück es ein. Ja, ja, ich will skillen. Jetzt mach's doch. Sonnen Tempel. Skills doch jetzt. Ich... Boah, ey. Sonnen... Ja, ja, ja. Und dann... Und... Hallo, hallo. Und wahrer Sonnengott, wie teuer bist du? 150... Ich hab nicht Google-Erfahrung. Ich hab noch 44.000. Sonnen Tempel. Der Tempel verlangt ein Opfer. Alle Türme in der Nähe werden zerstört, wodurch die fantastische Kraft des Tempels auf unterschiedliche Art gesteigert wird. Sag nicht, dass du nicht gewarnt wurdest. Okay. Schade. Er trifft da vor allem auch gar nichts. Ja. Guck's dir an. Ich seh's noch nicht. Weil... Alter. Oh mein Gott. Ich kann das Menü nicht schieben. Ach, der schießt nur die ganze Map oder was? Ich... Ich seh... Hier passiert gar nichts mehr. Es ist einfach alles kaputt. Kannst du noch einbauen? Ja, mach ich jetzt. Ich zerstör's alles. Ja, mach ich. Genau das hatte ich vor. Ich brauch 20k, ne? Ja, ich drück... Ich spamm auf dich drauf, so gut es geht. Aber es leckt. Das Spiel ist bei mir gecrashed. Nein. Nein. Nein, man darf nicht spammen. Ja, ja, weil wenn du richtig reindrückst, dann denkt der das... Ja, ja, ja. Dann schmiert er ab und dann drückt man drauf und dann schmiert's komplett ab. Ist okay, ist okay, Manu. Ich spimm's mir einfach. Ah, ich hab dein Geld. Okay. Oder? Ich ruf dich an. Und... Sonnentempel! Wow! Und... Lecker! Super, ich weite einfach Monumentale! Auch wenn's gar nicht nötig ist. Egal. Mann, hör doch auf zu legen! Ich verkauf jetzt deinen Reisnagelwerfer. Hallo? Ah, ich verkauf dein Kram jetzt. Ist mir egal. Dein Kram hat gar keine Daseinsberichtigung. Der hat dich auch kaputt gemacht. Ah, guck doch deine Sets an. Ah, hier auch. Alles verkauf ich hier. Ist mir egal. Verkauf ich aber alles. Hier, der hat auch... Ach, ist egal. Vor allem, das war doch... Das war doch ne Mörser-Folge. Kannst du nicht noch nen Mörser bauen? Äh, unten links ist doch einer. Hä, aber ich hab nicht mal genug Erfahrung für den Sonnentempel. Ach, es gibt noch eins drüber. Jaja. Der Turm opfert Verbesserung und modifiziert die Angriffe des Tempels. Hä? Okay. Also, da muss ich mich wirklich mal einlesen. Das muss ich unbedingt mal machen. Ach, immerhin, mein Heli steht noch. Komm, verkauf doch auch deine Banken. Ach, dein Heli steht noch. Stimmt, danke. Zack. Ach, dein Slyger Jones juckt mich auch. Okay, ja, okay. Alles klar. Okay. Äh, äh, das wollte ich nicht. Tschüss, Leute. Nein. Nein. Okay. Dann bewerte den Part. Schaut noch in die Videobeschreibung. Da sind ganz viele tolle Sachen verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann. Hehe.